Der Tag der großen Herzöffnung Heute ist der Tag der großen Herzöffnung und was dabei passiert ist, dass wir genau in dieser völlig verrückten Welt unsere gesamte Angst verlieren, jeder einzelne von uns, nach und nach. Das ist das, was gerade passiert, ob du es bewusst wahrnimmst oder nicht, es passiert und die unsere Welt versucht alles, um uns davon abzulenken und dennoch passiert es, denn es ist unaufhaltsam. Die ganze Menschheit öffnet ihre Herzen, jetzt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020